Ja, nach Bodo Ramelow ist es mir eine besondere Freude, Katja Kipping jetzt anzusagen. Nicht nur, weil sie unsere Parteivorsitzende ist, eine sehr geschätzte, kluge Kollegin in unserer Fraktion, sondern auch, weil sie Literaturwissenschaftlerin ist und wenn ich irgendetwas versuche, literarisch zu schreiben, ein Roman, ein Stück oder ein Lied, dann landet es oft auch bei ihr und ich kriege von ihr freundschaftlich und sehr kritisch und sehr konstruktiv Hinweise. Deswegen ist es auch weder Kurt Krömer noch Jan Böhmermann in ihren Fernsehsendungen gelungen, ihr ein böses Wort, obwohl sie es ständig versucht haben, gegen mich zu entlocken. Wir sind uns als Einiger in unserer Partei als manche meinen und deswegen Film ab mit Katja Kipping.